Her und Willkommen auf meinem Kanal Marcel Als erstes mal Heute gibt es ein neues Video und zwar ein neues Gäste Projekt Und zwar spielen wir Minecraft Hardcore Ich dachte mir einfach schon schwer warum nicht Dass wir halt Minecraft Hardcore Welt haben Solange ich bis ich sterbe Also Würde ich sagen legen wir mal los Damit wir auch mal Holz sammeln Für das erste Haus Damit wir die Nacht auch gut überleben können Du 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 So Uh So 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 Uh So 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 Und wir machen jetzt erstmal so ok muss ich nicht verstehen erklären bitte es ist drauf zu gehen sterben durch vergiftung habe ich habe ich weiß so acht stück fleisch habe ich schon mal und runter bis stein sammeln ist hier noch weiter runter die war gut geht zu fahren und in den nächsten fall schauen die 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 ich doch wo ich da doch da ist er doch besser vom Platz und allem her und dann bauen wir doch das das man hier einfach da drinstehen die Bahnen wegform ist nicht so schlimm das hier drücken Das wird genau ein verdammter Stein für dieses verdammten Teil. Also wenn ich jetzt noch mal 4 abbaue, dann wollte ich 6 haben, damit ich meine Spitzhacke und einen Achsmannkarten jetzt noch 2 wegnehmen würde, wäre es noch ein Schwert, wenn ich nicht. Ja, wäre taktisch gut, würde ich jetzt alles mitgeben, würde ich gleich. So. Jetzt nehmen wir jetzt die Stöcke wieder. Digga, in welcher Höhle kommst du, wir kommen! Äh, Zombie, du bist dort! So, wohin gehen wir denn? Ich weiß nicht, ob ich das so heißen würde, aber es gut wäre. Das haben wir dann noch in den Hörden. Gehen wir mal weiter, wir haben jetzt noch ein bisschen Essen dabei. Video Sticks sind bisher gar nichts, dann müssen wir kurz erkunden gehen. Jetzt haben wir nicht zäger weiß, wo, wie, was, wo wir gerade sind. Da bin ich ganz vorbei. Ich würde sagen, wir machen da aber auch auf, falls da halt irgendwie mal was ist, dass man da vorher wahrscheinlich rauskommt, ob ich den Feld direkt stecke. Jetzt, wenn wir jetzt ein Dorf finden, wäre das geil. Ja, moin, das hat's gar wirklich ein Dorf. Was bauen wir hier trotzdem bei meinem See, wo ich jetzt war? Das ist einfach viel schöner, also, was ich mir nicht höre, finde ich's einfach schöner. Ja? Digga, warum Spawn die überall so scheiße auf der Erde? Ich finde diesen Schäler richtig geil und schön, also, der Schäler ist wirklich schön. Ich füge mir noch den Tektor weg, da muss ich mal schauen, ob ich das dazu kommt. Aber ich finde den Schäler so, allein mal geil, weil, einmal so finde ich das extrem schön hier unten. Oh, die Optik ist geil! weil es jetzt wirklich ist auch durch diesen hoff es gibt einfach richtig und gar nichts mehr hallo hallo warum höre ich jetzt nichts mehr irgendwie ist das komisch manchmal höre ich auf einmal irgendwie nichts mehr warum höre ich hier nichts mehr goldner ganz groß heute noch jetzt gerade dass ich ihn vielleicht mit essen ist hier brennt einfach irgendwas komplett bringt mir nichts schon große doch nicht er bringt einfach mal eine ganze bude ab vorne hat was ich würde wenigstens in der truhe legen du hast da sind wir nicht immer wieder raus und ein braustand drehen jetzt bin ich natürlich keine ich habe einmal einen shader und einmal einen speckkuchen gedacht dass die erze halt so leicht raus leuchten einfach optisch halt auch schöner ist also ich finde optisch einfach schöner und so sind so mitgenommen und du kommst dann auch mal mit mein freund endlich dran ich bin ein eisen Keiner hat was von euch gesehen, nur das ist es, hat keiner gesehen, okay, dann ist gut. Normalerweise ist das Rezept ja so gewesen, sicher, und was nicht, so. Wer hat denn das Rezept, weil ich ja. Nee, so ist dann alles, ach so, steuer, was du. Nies, so. Toller Geld. Dann war's, oder? weg anderen immer wirklich auf die eier ja und geht ja nicht und geht ja nicht nein ich will dass du Weizen tradest hallo Weizen ja ja ich bin mein Freund ja Danke, Bro! Ich hab's euch gefeuert. Danke für euch. Ich hab's nicht gefeuert. Ich hab's nicht gefeuert. So, komm ich jetzt mal her, gibst du den Pfeiler. So. Hä? Hey schön, bis dann. Die nehme ich mir auch mit. Weil... Weil Baum. Ja, weil Baum. So. Gibt es ja verschiedene... Oh, ne. Du, 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 du. So, Leute, ich habe die falsche Platze gedrückt. Weil ich eigentlich die F5-Taste wählen wollte. Und auch noch mal F5-Taste. Aber egal. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ich renne es zurück zu meiner Base. Bis. Und dann sehen wir uns dort wieder. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bye. Vielen Dank.